herzlich willkommen willkommen und wunderschönen guten abend ich bin da pünktlich ich habe es geschafft heute moment ich schaue noch mal ich bin sogar überpünktlich eine minute vor sechs ich habe es geschafft gestern ist es ja nichts geworden bei mir weil was soll sagen dasselbe wie immer ich bin müde ich war wieder müde und dann habe ich gesagt das bringt eh nichts dann habe ich nämlich gleich sein lassen ich will den fehler will ich gar nicht mehr machen ja ich bin voll also mein stash ist oder es war voll ich habe ein bisschen aufgeräumt ich musste ein paar sachen zurücklassen hier so und so ein rucksack den habe ich weggelassen dann aber ansonsten habe ich das meiste versucht zu behalten ich habe jetzt hier die paar knarren noch das sind meist alles ja ja ich habe ein bisschen was verkauft mal sehen ich habe mich auch schon so weit ausgerüstet hier aber ich wollte jetzt die erste runde die wir hier machen im stream wollte ich als als gef reingehen wo jetzt warte mal gleise richtung hafen gleise richtung tage damit ist da muss ich schon wieder gucken railroad to port das ist drüben bei bei big redner alte gasstation ach da oben okay also bei also bin ich hier unten irgendwo auf der linken seite von der map also beides ist da oben bei big red okay weil das dritte war wo warte mal vorzuhalten straße muss er dann da auch da gewesen hat da ja naja ist wahrscheinlich am nächsten dran ich muss ich muss mir erstmal orientieren wo ich bin was habe ich denn hier für eine knifte da ist das doch eine musik einzel feuer nur ja ist klar ich habe bandagen habe ich dabei ist keine musik so wenn es ein bisschen rauschen sollte dann kann es daran liegen ich habe einen ventilator hier an bei der ersten hitze aber eigentlich habe ich habe vorhin noch mal getestet im test zu ihm gemacht da ganz gut aus habe nichts gehört davon erst mal reinkommen hier erste runde da liegt ein toter ich weiß nicht ob der der da immer liegt oder warum kann ich die nicht mitnehmen kann platz für den gegenstand ok ok also ich bin ich bin immer noch auf der suche nach liegt auch an er wurde schon gelootet hier glaube ich der kumpel position dabei ja eigentlich mit kann ich ja verkaufen ansonsten hat er nichts das messer und ich habe keinen platz mehr ab schon 12 habe ich schon dabei ich glaube hier ist aber schon steht alles offen hier wird vor alles genutzt sein oder ich habe im youtube video gesehen hier hier ist die rolex ich dachte die ist teuer aber ok ok ich habe das immerhin ich darf auch nicht vergessen ich bin als gef unterwegs nicht dass ich auch meine kameraden geschieße durch wieder schlecht das kamer da war jedoch noch keiner alles mitnehmen ob ich brauche oder nicht weiß ich nicht wahrscheinlich eher nicht ich muss sowieso wenn ich hier heile rauskomme muss ich sowieso nächste runde muss ich verkaufen also ich bin ja voll wüsste haben schon gar keinen platz mehr kann ich den scheiß maske warte man kann ich doch aufsetzen so habe ich kein kontin an die quatsch nee ich bin doch als gef und ja ja alles klar ich habe mich gerade selber verwirrt ja naja ich kriege halt das was über ist also hier war doch hier war schon wer kippen mitgenommen aber ist okay also ich kann damit leben warum wie sieht das denn nicht an hier ich muss ich weiß auch noch gar nicht wo ich bin der wichser oder rauch und skiff oder direkt kopf geballert der hat aber direkt getroffen ok so ok der ist ja so weit ausgerüstet könnten wir direkt reingehen können wir direkt reingehen da warte kann ich fast verkaufen die fände ich ich habe immer noch diese batterie hier die mir am meisten bringt die bringt mir ja glaube ich bei der zeit am meisten regmann ne müsste jetzt gucken weil sie den händler 53.000 rubel aber man braucht es ja später habe ich gehört hat mir netter follower im letzten stream erzählt darum dachte ich mir ich behalte die erst mal verkaufe ich eventuell wenn ich wenn ich wenn ich klappe kasse bin dann würde ich mich dann doch davon drin aber ich habe ich hatte immer das gestern glaube ich eben in dem rate da habe ich bitcoin gefunden 0,2 bitcoin glaube ich und der hat mir was hat der meber 260.000 rubel ich glaube irgendwie so ok gehen wir rein zwei gelände oder machen wir mal gut also ich habe sowieso ich habe bis jetzt habe ich gespielt nur nur kurz für die für die für die jägerquests und ansonsten nur zeugelände ich weiß factory also fabrik hier ist das ist sehr pvp lässt sich ne straßen da habe ich hier straßen von tag auf noch nie gespielt keine ahnung habe ich jetzt auch gar keine map also ich müsste mich den glaube ich erst mal ein bisschen bisschen vorbereiten leuchtturm was haben wir küste haben wir noch hafen kann ich nicht ist für mich nicht verfügbar keine ahnung ja immer zeugelände ich das egal so kann mir da kennen wir uns auch so ein bisschen da kennen wir uns auch so versichern die ich muss mir ich versichere alles das machen wir bei bei der guten frau doktor was kostet das mehr 5000 gute 5000 aber wir haben es ja habe ich ja noch alles ja ich habe alles drin munition ja reserve munition habe ich auch okay alles klar ja mal rein da gehen wir rein so ok los ausgang zb 10 11 moment lassen wir mal hier gucken der ist ja ganz hinten 10 11 ja der ist bei den vier silos ok wo bin ich finden wir gleich raus ich bin hier hinten im garage ja da ist okay also ich bin drüben auf der auf der kleinen insel alles klar jetzt weiß ich bin ich würde aber schon gerne hier die garage luten ich dachte da war während aber ok thermometer bringt bestimmt gutes geld oder und da sind ja aber ich finde ich finde echt nicht diese diese anderen medipack dinger die ich brauche für hat er auf mich geschossen hier drinnen mich hier rein komme ich hier rüber das müsste drüben bei big red sein oder oder täusche ich mich hier ist doch bestimmt irgendwas nichts ok 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 wir sind bei big red wir müssen rüber auf die andere seite hinten zu den silos das zumindest der ausgang den ich gerne nehmen möchte kreisein gibt sie kein gut für das möglicher wird da bin ich gehe ich gehe ich nur falsch kann ich auch sagen greifen kann man immer überhaupt hier gibt es aber auch nicht zu holen da war einer da war einer es war einer geschlägen hat er den auch gesehen hat er das gesehen ich werde in dem spiel ich werde ich werde noch zum killer hier freunde in die ruhe liegt die kraft ne zeit nehmen ok aber anscheinend habe ich eine gute habe ich auch eine ganz gute rüstung weil ich habe keinen schaden bei mir warum kann ich denn doch jetzt kann ich die waffen nehmen so blöd snickers das cola ohne granate ok das war ein spieler das war ein spieler fragt man nervt das ja zwar es gibt scheiße